Wie viele Fouls haben wir? Wie viele Fouls? Zwei, drei. Vielleicht zwei. Ja? Es ist nicht ein fucking Freundschaftsspiel. Ja? Es ist ein fucking Champions League Spiel. Wir müssen Krupperlich auf dem Platz und get fucking stuck in mit Druck, diese Aktion. Manchmal mit Van Dijk. Ja? Kommt Jungs. Zu viel Respekt für die Gegner. Zu viel Respekt für die Gegner. Ja? Es ist mit dem Ball, gegen den Ball und mit Fouls. Zu viel Respekt. Sind sie gut? Ja, sie sind gut. Aber wenn wir spielen wie alles nett und mit Druck ein bisschen hier oder nicht mit einem richtig gut Tackle oder einem Fight. Ja? They have to feel us, guys. They have to know we're fucking here to compete. Not just that we're stylistically gonna try to play the same way, but we came to fucking play. Right? That is what's most important. We're gonna talk a little bit about tactics, but we gotta step on that field. And when we say selfvertrauen, that means will also. Will. Will füreinander und jetzt ist es ich gegen ihn oder euch oder egal. Ja? It's us against them. And let's fucking raise our will. Let's raise our competitive fight. Our fight. Okay? Okay? So. Sie haben gesehen. Sie sind gut. Aber wir können besser spielen. Und wir können ein bisschen mehr life. Leben. Leben für dieses Spiel. Ja? Selbstvertrauen. Körper liegt starker. Mach dein Fall. Sie sind nicht so gefährlich mit der Eckball und Freistoß. Okay? Aber komm, Jungs. Wir haben mehr. Okay? Das ist die große Botschaft jetzt. Wir haben mehr. Okay? Okay? Okay.